Minimax erklärt die MX-1230 Mehrbereichstechnik mit dem Löschmittel Novec 1230. Das ist Bill. Bill ist Sicherheitsverantwortlicher in einem Unternehmen und kümmert sich um den Brandschutz der IT-Bereiche. Damit hier durch das Löschen kein Schaden entsteht, verwendet Bill das Löschmittel Novec 1230. So ist alles rundum geschützt. Bill muss in den Räumen jedoch nicht nur den Löschmittel voran unterbringen, sondern noch einmal die gleiche Menge als Löschmittelreserve und das in jedem zu schützenden Raum. Erst dann kann er den Brandschutz ununterbrochen gewährleisten. Aber in den Serverräumen verstellen die Löschmittelbehälter nun wertvollen Platz, den Bill für seine IT-Technik dringend benötigt. Bill ist unzufrieden und sein Chef ist verärgert über die steigenden Kosten für zusätzlichen Platzbedarf. Bills Freund Max, ein qualifizierter Brandschutzfachmann, kennt die Lösung. Die MX-1230 Mehrbereichstechnik. Dabei werden mehrere Räume über einen einzigen gemeinsamen Löschmittelvorrat geschützt. Im Brandfall wird das Löschmittel Novec 1230 dann einfach über einen Verteiler in den betroffenen Raum geleitet. Durch Umschaltung auf die Löschmittelreserve ist die Anlage nach erfolgter Löschung sogar sofort wieder betriebsbereit. So kann mit einem kleineren Löschmittelvorrat auf kleinstem Raum der Brandschutz für mehrere IT-Räume gleichzeitig gewährleistet werden. Bill ist begeistert. Sein Unternehmen genießt mit der MX-1230 Mehrbereichstechnik absolute Sicherheit und spart zudem wertvollen Platz und natürlich Geld. Auch der Chef ist begeistert. Er muss jetzt keine Betriebsfremden für Servicearbeiten mehr in seine Sicherheitsbereiche lassen. Das gesparte Geld investiert er in die nächste Betriebsfeier.